Hier zeigen wir dir, wie du am Rand aussähst. Am Rand kannst du im Hochbeet und im Garten aussäen. Auf den Rückseiten unserer Saatguttütchen erfährst du, wie tief du das Saatgut aussähst und wie groß der Endabstand zwischen den Pflanzen bei der Ernte sein sollte. Wie du siehst, ist das Saatgut sehr klein. Öffne das Tütchen daher vorsichtig und fülle den Inhalt in ein kleines Schüsselchen, damit dir nichts davon verloren geht. Sehr feines Saatgut kannst du auch vor der Aussaat mit etwas handfeuchtem Sand mischen und dann gleichmäßig in eine gezogene Reihe streuen. Sähe das Saatgut direkt in den Endabständen, wie auf der Rückseite des Tütchens angegeben und ungefähr so tief, wie das Korn groß ist. Danach bedeckst du die Samen ganz leicht mit so viel Erde, dass du sie gerade nicht mehr siehst. Um die Sämlinge später von keimenden Unkräutern zu unterscheiden, kannst du die Aussaatstellen mit etwas Sand markieren. Damit du auch später weißt, was du wo gesät hast, beschrifte die Reihe oder Aussaatstelle. Jetzt kannst du entweder auf den nächsten Regen warten oder vorsichtig mit der Brause wässern, um die Keimung zu beschleunigen. Wenn das Saatgut anfängt zu keimen, darf es nicht mehr austrocknen. Achte daher darauf, dass die Erde dann immer leicht feucht bleibt. Das Projekt Black Turtle – Alte Sorten für Junges Gemüse wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit in Kooperation mit dem BUND.